Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch besprechen, was Geolocation ist und wie gut das überhaupt ist. Geolocation ist der Versuch, zu einer IP-Adresse eine Örtlichkeit herauszufinden. Das ist vor allem für die werbetreibende Industrie interessant, weil eine Firma aus Dortmund oder Essen will ja jetzt nicht unbedingt Werbung an jemanden ausspielen, der in Berlin ist, als wenn diese Firma nicht gerade deutschlandweit aktiv ist. Sicherlich auch noch viele andere Gründe, aber das wäre einer davon. Und deswegen gibt es eben verschiedene Dienste, die genau das versuchen. Und ich habe jetzt eben diesen Dienst U-Trace mal aufgerufen und die sagen, ich bin hier in Marl. Warum auch immer. Also diese IP ist in Marl, ich nicht. Wenn ich den nächsten Dienst IP to Location mal aufrufe, dann sagt der zu mir, diese IP ist in Berlin. Und wenn ich die Daten von MaxMind verwende, das sind auch die Daten, die ich in dem MMDB Lookup Video genommen habe. MMDB Lookup MaxMind Datenbank Durchsucher, wie auch immer. Die sagen KALF. Tja, welches dieser drei Ergebnisse ist richtig? Keins. Allerdings am nächsten dran kommt tatsächlich das hier, wobei die Genauigkeitsangabe sehr, sehr, sehr optimistisch ist. Also, das stimmt so nicht, aber grob, ganz grob ist das noch ein Wert, mit dem man arbeiten kann. Aber insgesamt ist Geolocation einfach nicht besonders gut. Und wenn man eben mal Geolocation macht, dann sollte man sich dessen bewusst sein und vor allem die Plausibilität der Ergebnisse prüfen. Also, wo es ganz gut funktioniert, ist eben das, was ich auch gemacht habe, dass ich versuche, eine IP-Adresse schnell mal an die Länder zu koppeln, sodass ich weiß, aus welchem Land das kommt. Aber Region und Stadt, das ist eigentlich immer schlecht. Und unter den Schlechten ist MaxMind zumindest noch der Bessere. Vor allem, weil sie mal zumindest mit dieser Genauigkeit irgendeinen Wert liefern, auch wenn der wiederum nicht stimmt. Der aber schon einschätzen lässt, okay, also 5 Kilometer, dann heißt das vielleicht auch mal 10, 20, 30, 40 Kilometer. Oder wenn sie sagen 200, dann weiß man halt schon, dass das halt, also wie ungenau das grob ist, kann man dann schon einschätzen. Und dann kommt das auch ungefähr hin. Aber ihr seht schon, also ich habe schon MaxMind-Daten gesehen mit einer Genauigkeitsangabe von 200 Kilometern. Und bei 200 Kilometer, da kann man dann eigentlich schon sagen, dass diese IP nicht sehr genau lokalisiert werden konnte. Und dann kann ich vielleicht noch grob sagen, okay, das ist jetzt hier eben in Baden-Württemberg oder in, also grob in Baden-Württemberg oder grob in Brandenburg. Aber ich kann da nicht sagen, das ist dann genau in dieser Stadt oder das ist genau in diesem Bundesland. Denkt auch an Stadtstaaten, ja, also ob ich jetzt in Hamburg bin oder in Niedersachsen oder auch Berlin. Berlin, also Berlin als neues Beispiel, ja, das ist einfach wirklich viel, viel zu ungenau, was die an Daten haben, weil die ja nicht an die offiziellen Daten rankommen. Es ist jetzt nicht so, dass Vodafone sagt, hey, MaxMind, ich verwende diese Daten in der Region Kalf, sondern die müssen das ja selber herausfinden. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Also passt auf mit Geolocation, es ist schon nicht ganz uninteressant, aber man muss schon wissen, wie man diese Werte dann auch wirklich interpretiert. Und man sollte auch wissen, welchem Dienst man hier vertrauen kann. Und ja, also Berlin ist grottenfalsch. Das ist komplett im anderen Eck von Deutschland. Und auch U-Trace, also, nee. Und dann noch eine Karte einem angeben, ne, die kann man dann schön ausdrucken und, also, ganz schlecht. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.